Es gibt ja einige sportliche Autos in der sogenannten Golfklasse. Der Golf GTI gehört auch dazu, aber auch dieser Ford Focus ST. Und aus der Performance-Schmiede von Ford stammt auch die neueste Ausgabe des Ford Focus ST. Und da will man den Spagat schaffen zwischen Komfort und Sportlichkeit. Dass er sportlich ist, das zeigt seine Optik, aber auch die 280 PS, die dieser Benzinmotor erzeugt. Also schauen wir mal. Vielseitigkeit ist bei diesen Kompaktsportlern immer wichtiger. Und nach den ersten Metern wird klar, der neue Ford Focus ST kann beides. Auch dieser 2,3 Liter Vierzylinder EcoBoost Benzinmotor stammt aus der Performance-Schmiede von Ford. Der erzeugt 280 PS und 420 Nm Drehmoment schickt er an den Vorderradantrieb. Das Auto läuft abgeregelt 250 auf der Autobahn und in 5,7 Sekunden erreicht er die 100. Den Verbrauch gibt Ford an mit 4,8 Litern. Aber wer hier ans Gas geht, der wird auch schon mal 6, 7 oder 8 Liter Verbrauch haben. Aber Kraft kommt halt von Kraftstoff, oder? Also für diesen Motor, den 2,3 Liter Benzin, da muss man den Ford Ingenieuren ein Lob aussprechen. Der beißt richtig an. Die 280 PS sind das eine. Mir gefallen die 420 Nm Drehmoment. Damit hat man immer Bums unten raus. Und wenn man in Sport- oder Rennstrecke unterwegs ist, dann gibt's auch beim Gasecknehmen noch so ein bisschen Papp-Papp am Auspuff. Sound ist auch in Zeiten von Elektroautos für viele doch noch wichtig. Denn es unterstreicht den sportlichen Anspruch. Im Vergleich zu seinem etwas stärkeren Bruder, dem Ford RS, besitzt er nur einen Vorderradantrieb. Der RS hat ja einen Allradantrieb. Und Autos mit so viel Leistung und Vorderradantrieb neigen dazu, dass beim Kurvenfahren das kurveninnere Rad dann beim Gas geben anfängt durchzudrehen. Das passiert hier im Normalmodus dann auch ein bisschen. Wählt man den Sport- und Truckmodus, dann gibt es dieses Torque-Vectoring und auch ein E-Sperrdifferential. Und das verhindert dann das Durchdrehen. Das erlaubt ein zügiges Fahren auch in engen und schnellen Kurven. Was wäre so einer ohne Ausstrahlung? Die hat der Ford Focus ST auf jeden Fall. Außen und innen überzeugt er durch ein Design, das mit viel Liebe zum Detail entstanden ist. Bequeme Sitzen mit viel Sicherheit bieten diese Sportsitze. Also Bummeln und zackiges Fahren auf der Nordschleife des Nürburgrings – alles ist möglich. Platz für die Rennfahrerausrüstung oder den Urlaub gibt's genug. Den optischen Test außen und innen hat er bestanden. Für Diesel-Freunde gibt's natürlich für diesen ST auch noch einen sportlichen Dieselmotor. Zwei Liter Hubraum, 190 PS und 400 Newtonmeter Drehmoment sind eigentlich ausreichend. Mir gefällt eigentlich dieser Benziner mit seinen 280 PS besser. Der Sound ist auch ein bisschen anders. Das Einlenken des Hecks beim Gas wegnehmen vor Kursen macht echt viel Spaß. Ford bietet ja Gott sei Dank bei diesem ST eine Möglichkeit die Fahrwerkseinstellung zu ändern. Über diesen Modi-Schalter gibt es Einstellungen und bei der Einstellung Sport oder Rennstrecke wird das Auto extrem straff erinnert an ein richtig sportliches Auto. Und besonders an der Hinterachse ist das hilfreich und das macht das Auto äußerst agil. Es lenkt ein, es gibt kein Untersteuern. Also da kommt richtig viel Fahrspaß auf Landstraßen auf. Zum Schluss mal eine Meinung zu diesem neuen Ford Focus ST. Also man bekommt für die 31.900 Euro eigentlich zwei Autos in einem. Es gibt einen bequemen Reisewagen und zum anderen einen wirklichen Sportler, der für sehr viel Sinnesfreuden sorgt auf Landstraßen beim Kurvenfahren oder auch reichlich Spaß auf einer Rennstrecke. Mir hat er wirklich gut gefallen. Wenn noch weiter. Ich bin scripture, ich accountable. Ich bin sicher, dass wir jetzt nicht genug sind.